Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Heute in diesem Video schreiben wir einen neuen und schönen Brief für die B1 Prüfung. Wir fangen sofort an. Viel Erfolg bei der Prüfung. Los geht's. Hallo wieder und schön, dass Sie ja da sind. Die Aufgabe Sie haben eine Einladung zu einem Elterngespräch bekommen. Der Klasselehrer Herr Schmidt möchte mit Ihnen über Ihr Kind sprechen, das sehr gut in der Schule ist. Sie sind aber krank geworden und können nicht kommen. Schreiben Sie etwas über folgenden Punkte. Erster Punkt Grund des Schreibens Entschuldigung Grund des Schreibens oder Grund für Ihr Schreiben Entschuldigung Drei Neue Termin Und Punkt Nummer 4 Themen für das Gespräch Themen für das Gespräch Das waren die Punkte. Das waren die Punkte. Jetzt schreiben wir die Lösung. Also meine Freundinnen und Freundinnen, wir haben schon die Aufgabe und die Punkte gelesen. Hier schreiben wir die Lösung. Hier der erste Punkt Grund des Schreibens oder Grund für Ihr Schreiben. Sehr geehrter Herr Schmidt Sehr geehrter Herr Schmidt Herr Schmidt, ich bedanke mich für Ihre Einladung zum Gespräch. Leider kann ich nicht zu Ihnen kommen, weil ich krank bin. Gestern war ich beim Arzt und muss ich diese ganze Woche im Bett bleiben. Gestern war ich beim Arzt und muss ich diese ganze Woche im Bett bleiben. Das sind die beiden Punkte Grund des Schreibens und Entschuldigung. Und muss ich diese ganze Woche im Bett bleiben. Jetzt die Punkt Nummer 3 Neue Termin Hier schreiben wir, vielleicht können wir einen Termin in der nächsten Woche machen. Ich habe Zeit am Donnerstag um 15 Uhr. Sind Sie noch in der Schule an dieser Zeit? Sagen Sie mir bitte, ob der Termin Ihnen passt. Punkt Nummer 3 Punkt Nummer 3 Neue Termin Vielleicht können wir einen Termin in der nächsten Woche machen. Ich habe Zeit am Donnerstag um 15 Uhr. Sind Sie noch in der Schule an dieser Zeit? Ich habe Zeit am Donnerstag um 15 Uhr. Sind Sie noch in der Schule an dieser Zeit? Sagen Sie mir bitte, ob der Termin Ihnen passt. Sagen Sie mir bitte, ob der Termin Ihnen passt. Sagen Sie mir bitte, ob der Termin Ihnen passt. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen können. Das war Punkt Nummer 3 Neue Termin Wir haben hier einen Vorschlag gemacht. Ich habe Zeit am Donnerstag um 15 Uhr. Sagen Sie mir bitte, ob der Termin Ihnen passt. Ich freue mich, dass wir uns treffen können. Weil ich etwas über meinen Sohn sprechen möchte. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen können. Ich möchte wissen, ob er in der Schule noch Spanisch lernen kann. Ich möchte wissen, ob er in der Schule noch Spanisch lernen kann. Ich möchte wissen, ob er in der Schule noch Spanisch lernen kann. Ich möchte wissen, ob er in der Schule noch Spanisch lernen kann. Er wollte nächstes Schuljahr in Spanien machen und darüber braucht er Spanisch. Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen und Sie schreiben Ihr Vor- und Familienname. Also Leute, das war die Lösung. Ich wünsche euch natürlich allen viel Erfolg beim B1 Test oder bei der B1 Prüfung. Beste Grüße von mir, bleiben Sie gesund und Tschüss.